Stell dich aufrecht hin mit dem Gewicht auf den Fussballen. Hebe einen Arm in die horizontale, verbinde ihn mental mit der gegenüberliegenden Schulter. Halte diese Verbindung und strecke den Arm immer weiter hinaus zur Seite, sodass er die gegenüberliegende Schulter heranzieht. Mach dasselbe zur anderen Seite. Führe die Übung jetzt mit beiden Armen aus. Du gehst mit den Armen weit nach draussen und ziehst gerade dadurch die Schultern heran. Fühlst du, wie das dein Zentrum stärkt? Du gehst mit den Arm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020